Die Siegerzeit, offiziell kommt jetzt 13,8 Sekunden für Dietmar Konjunktur. Die Normfeld Tokio, 61 Meter beim Diskusrafen. Nächste Diskusrafen. L.G. Kappelberg, 272 Jutta, Felsmaier, L.G. Nürnberg, 13,98 Martina Wellers, Kieler DB, Benz, Schäfer, Erhab, Fennigl und Feucht. Und für die medizinische Versorgung und Hygiene, Duokondom, Unilife, Dr. Schiffer, Evermed, OTV, Triumph und Sixtus. Vielen Dank den Sponsoren im DLV. An der Anzeigetafel, liebe Freunde, den Generalsponsoren IBM und Mercedes-Benz. Den Hauptsponsoren, Futschi, CMA, die Mitmacher, Coca-Cola und Thomas Schönlebe, Chemnitzer SC. Sieben, Jens Karlowitz, dahinter Ralf Lübke. Jens Karlowitz, auf der Bahn 7. Karlowitz und dann Frau Klübke. Herr Dyerling, bitte. Applaus Herr Dyerling, bitte. Herr Dyerling, bitte. Herr Dyerling. Herr Dyerling. Herr Dyerling, bitte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017